Was erwarten Sie von dem Film? Ich erwarte einfach spannende, gute Unterhaltung. Darauf freue ich mich. Dieser Agent 47, der hat ja so Wahnsinnsfähigkeiten. Was für Fähigkeiten hätten Sie gerne mal besondere Art im richtigen Leben, wenn Sie mal so ein bisschen die Fantasie spielen lassen? Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen können, beziehungsweise die Zeit beeinflussen. Das würde mir eigentlich schon fast reichen. Wo kommt der Gedanke her? Zeit zurückdrehen wollen, weil irgendwas schiefgelaufen ist? Nö, nicht weil wir schief... Nein, weil man einfach einen wahnsinnigen Wissensvorsprung hat, wenn man Dinge erlebt hat und dann die Zeit nochmal zurückdrehen könnte. Außerdem wäre ich wahnsinnig reich, könnte immer wieder Lotto spielen, weil ich die zahlen können würde, etc. Und dann würde ich Ihr bester Freund, ich garantiere es Ihnen.